Hallo und herzlich willkommen! Ja heute zum 10. Dezember und heute sind wir sogar zu dritt. Mit dabei sind Sabrina und sie hat mir gerade noch, also du hast es gerade schon erwähnt, es wird ein kleines Mädchen. Ja, wie schön. Herzlichen Glückwunsch. Auf Wasser. Natürlich, heute mal. Schön, dass du dabei bist. Freut mich sehr. Also nur am Handy gucken, sondern auch wirklich mal live dabei beim Ausparken. Toll. Du darfst dir gerne einen Adventskalender aussuchen, also was du gerne öffnen möchtest. Also ich würde gerne hier öffnen. Ja. Und ich würde auch gerne anfangen. Ja klar, mach, mach. Und du darfst dann das abholen. Ja, das hört sich gut an. Okay, cool. Also von der Größe her würde ich jetzt mal sagen, Fahrrad ist es nicht. Ja, das sind so 20 cm Durchmesser. Genau. Aber vielleicht ist es ja wieder eine Tasse oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Ja, vielleicht auch irgendwas anders. Ja. Soll ich anfangen? Ja klar, mach. Gerne. Ah, warte, ich schau noch nicht rein, weil irgendwie müssen wir uns sicher nicht zuerst was drin ist. Du siehst das erste an. Ah, okay. Das fühlt sich zumindest noch Plastik an. Okay, Plastik. Könnte ein paar Süßes sein. Das wird doch rein geworden. Hast du schon? Okay, nein, es ist nichts Süßes. Nein, ähm, ich kenn's nicht. Okay. Aber Marvel ist es. Ah, also, ah, von, ach, Thor von Avenger. Also steht da. Ich hatte ihn in seinen Anzug auch nicht erkannt, weil der schon relativ, ähm, ja. Also wenn, also gut, dass es da oben steht und hier aber nur von, von der Figur hier. Ich würd's nicht wissen. Also wenn man jetzt weiß, was Marvel ist. Ja, genau, aber, genau, aber es ist immer ein Schutzzeichen und hier steht da noch ganz kurz vor. Aber so, der sieht eher aus wie der, der Volcano-Man von, 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 von... Grand Prix. Da gab's mal so einen Film und der sieht das, ja, okay. Okay, gut, okay, ja, gut, okay. Ähm, ja, cool, okay. Ja. Wieder eine Actionfigur zum Spielen, das ist doch toll. Vielleicht, 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 vielleicht mal keine kleine auch irgendwann mal Actionfigur, da kannst du damit was ansprechen. Das werden wir sehen. Okay, schön. Okay. Ja, ähm, dann mach ich das auf? Ja. Okay, man hat hier, ah, also vom Sticker her, ich glaub das ist Doctor Who oder... Kennst du Doctor Who? Oder hast du nur irgendeine... Ich hab noch keine einzige Folge gesehen. Nein, nein, keine Ahnung. Aber ich glaub, der hat, vielleicht ist das der zehnte Doktor, aber, warum ich, aber eigentlich sind es mehr. Okay. Okay, keine Ahnung, ich mach einfach mal auf. Ja. Oder... Ja, weil ich kenn halt Uhren, dass die manchmal auch so verpackt sind, vielleicht... Ja. Ja, eine, eine, eine Harry Potter-Uhr. Das wär ja der Hammer. Ja. Oder... oder... Ja, guck mal mal. Schauen wir mal. Ah, jetzt bin ich mal in... Du hast das auch so verbösen. Ja. Ja, jetzt gibt, ich glaub, vor zwei Jahren hatte ich mal ein Video, da hab ich das ums Verdecken nicht aufgenommen. So, so wie ein Passiv. Es ist von Harry Potter. Ja, okay, oh mein Gott. Okay, es ist von Harry Potter. Eine... Es ist keine Uhr, aber es ist von Harry Potter und zwar, ähm, so, so... Versuchen. Ja. Ähm, Neville und Hermine und eine Überraschungsfigur. Also, ähm, genau, es sind so kleine... Wollen wir mal gucken, was die Überraschung ist? Willst du da einschauen? Ja. Ah, das ist so ein Protektor hinten. Also ich hab's grad gesehen, das ist das, wenn du ein USB-Kabel hast, dann kannst du das da so dranklipsen anscheinend. Ah, ja, ja, genau. So zum Schutz praktisch. Ja, cool. Okay. Cool, das ist wirklich von Harry Potter. Ja. Jetzt haben wir aber gleich mal... Wir haben nur gehofft, dass irgendwas von Harry Potter dabei ist. Ja. Wenn du, ich, ich... Ich will wissen, was die Mysteryfigur ist. Das machen wir jetzt noch schnell auf. Das machen wir noch auf. So. So, Moment. Okay. Dann... Magst du rausziehen und gucken? So. Oh, okay. Oh, ja, das falle ich noch mal okay. Okay. Neville ist schon mal zu Boden gefallen, das passt zu seiner Teufatschigkeit. Ah! Es ist ein... Ah, das ist die Kröte vom Neville. Das ist die Kröte, ja. Äh, Trevor. Genau. Süß. Ich hab jetzt schon überlegt, wie der heißt. Ich auch, ja. Und, ach, cool. Und Hermione. Yay. So. Oh, cool. Okay. Schön. Super. Toll. Okay. Ja. Stark. Finde ich cool. Okay. Und das noch. Oh, ja, sorry. Hermione hat längere Haube. Ah, dann passt das in die... Dann passt das rein. Genau. Schön. Ja, wunderbar. Ja. Ne, toll. Dann haben wir wieder zwei tolle Türchen geöffnet. Ja. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Ja. Ja. Dass ich endlich mal dabei war. Ja, voll. Das freut mich sehr. Ja. Genau. Ne, dankeschön. Und ja, wir genießen jetzt noch den Tag. Genau. Und wir sehen uns dann auch morgen wieder. Habt viel Spaß. Tschüss. 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 Tschüss